Hast du gar keine Angst in Mexiko vor unbekannten Gefahren, Waffen, Gangs und so weiter? Das sind die Lovelogs, you know? Bro, bist du eigentlich ein Gamer, der voll gerne zockt? Meinung zu Drugs. Sobald das der Fall ist, ist es für mich was nicht Gutes so, ne? Oh, shit. Luther Vendrossedin, man. Nur die Echten wissen Bescheid. OGs, seit den 80ern diesmal, ja? Es geht ab, Leute, alles gut. I love you too, man. Raisin, wie ist es, wie das läuft? Was pimpin' Big Dog? Was pimpin' Tori? How you feel, man? Natürlich wieder am Start, Bro. Nebil ist da, Liv ist da. Alle sind da, Henrik ist auch da. Mit nem gemütlichen Servus an der Stelle. Servus, mein Lieber. Wie war dein Tag? Tag, äh, just started. Just started. Ich hab nicht so geil geschlafen, ich bin ein bisschen müde. Sieht man mir vielleicht auch an. Bisschen kaputt, bisschen K.O. Aber, äh, fühl mich eigentlich soweit ganz gut. Woher das Basketball-Jersey, bestimmter Online-Shop? Ne, ist ein Football-Jersey, also soll auf ein Football-Jersey angelehnt sein und ist von Grimey, ja? Grimey, ne spanische Marke, die ich sehr feier. Auf jeden Fall sehr nice. Du prägst mich, Bruder. Red Hat 131. Hast du rote Haare, Bro? Das interessiert mich gerade, oder stehst du einfach nur auf rothaarige Frauen? Wann kommt Afrika-Tattoo? Wenn Pada wieder da ist, Bro. Dein Nee wird ein Meme. Äh, nee? Ja, Bro, aber Mutter und Vater haben braune. Ich bin böse Arschkind. Hör auf, Bruder. Sag nicht so, Bruder. Klo hat dich echt auf dem Schirm. Dauernd neue Memes, selbst aus deinen Streams. Echt, ja? Gips, Gips? Gips? I love it, man. Clubs offen in Mexiko. Yes. Voll die süßen Locken. Look at those Locks. Das sind die Love Locks, you know? Das sind die Love Locks. Bro, bist du eigentlich ein Gamer, der voll gerne zockt? Relativ. Relativ. Ich war früher schon, ich bin schon ein Konsolenkind. Also ich bin mit Konsolen aufgewachsen, seitdem ich ein kleiner Pisser bin. Hab immer alles gezockt. Ich hab ne Nintendo gehabt. Also Super Nintendo damals hat's angefangen. Dann ging's Nintendo 64. Dann haben wir ne Sega Saturn gehabt. Playstation 1, 2, 3 und 4. Xbox zwischendurch auch mal gehabt. So, schon Konsolenkind, ja. Bro, Meinung zu Drugs. Was siehst du alles als Drugs? Das ist erstmal ne Definitionssache, was alles Drogen sind. Also mit Drogen auch Alkohol und so, ne? Denk ich mal. Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten sind auch teilweise Drogen für manche Menschen. Für manche Menschen sind ganz komische Sachen, die für uns normal sind, Drogen. Ähm, ich muss sagen, ich bin kein, ähm, Gegner von Rauschmitteln. Gar nicht so. Ich bin kein Gegner von Rauschmitteln. Ich bin aber kein Fan von Süchten, ne? Also sobald man irgendwie von was abhängig ist, sobald man sich so fühlt, als ob man ohne was Bestimmtes nicht leben kann oder gewisse Dinge nicht tun kann, wie zum Beispiel bei Kiffern oft schlafen, so, sobald das der Fall ist, ist es für mich was nicht Gutes, so, ne? Ähm, ich hab eigentlich keine Abneigung gegenüber Drogen oder Rauschmitteln, außer gegenüber so komischen Drogen wie Crack oder Heroin und so. Das ist für mich so ne Grenze. Über diese Sachen denk ich überhaupt gar nicht nach, so. Ähm, aber alles, was so, ich hab auch schon fast alles in meinem Leben schon mal ausprobiert, von Ecstasy über Speed, über, äh, Kokain, ähm, Gras, so. Ich hab alles schon mal ausprobiert, diese ganzen Sachen. Bis jetzt noch keine psychedelischen Sachen genommen, weil ich da auch extrem Respekt vor habe. Also sowas wie Pilze, ähm, Mushrooms, ne? Und, äh, LSD oder sowas. Ne, hab ich noch nie ausprobiert, hab ich auch Respekt vor, so. Äh, ja. Ja, und ich muss sagen, ich bin persönlich auf keine Droge so richtig hängen geblieben auch, ne? Bei mir der Vorteil, außer, dass ich halt Gras, also das begleitet mich eigentlich, seitdem ich 13 bin, so. Immer mal wieder mehr, mal weniger, so. Aber auf alle anderen Drogen bin ich nie irgendwie hängen geblieben oder so, ne? Ich hab viele Sachen mal ausprobiert, viele Sachen genommen, auch öfters mal genommen, so. Aber nie so regelmäßig. Ich hab nie eine Regelmäßigkeit reinbekommen, weil bei den ganzen anderen Drogen außer Gras hab ich so viele negative Effekte auf meinen Körper gespürt, so viele negative Effekte auch so generell in meinem Leben dann gespürt, so nur von einem Mal nehmen, dass ich nie auf die Idee gekommen bin, das öfters zu nehmen. So Sachen wie Koks oder Ecstasy oder Speed oder so. Dicke, wie kann man sowas regelmäßig nehmen? Könnte ich mir niemals vorstellen, so, weißt du? Konnte ich mir schon beim ersten Mal nehmen, niemals vorstellen, so. Ja. Jo, das ist so meine Erfahrung eigentlich, aber es gibt noch mehr Erfahrungen. Ich kann auch mal irgendwie ein separates Video machen. Ich hab halt, ja, ja. Hast du gar keine Angst in Mexiko vor unbekannten Gefahren, Waffen, Gangs und so weiter? Angst nicht, ne. Ich hab an irgendeinem Punkt in meinem Leben, ähm, ich hab an irgendeinem Punkt in meinem Leben die Angst verloren. Ich weiß nicht genau, welcher Punkt es war, aber die Angst vor irgendwelchen Dingen verloren einfach. Ich hab keine Angst mehr vor Sachen. Ich hab Respekt vor Sachen. Ich stell mir manche Dinge vor und denk dann so, ja, okay, ich hab Respekt davor, aber ich hab keine Angst mehr davor und, ähm, ob ich hier in Mexiko, ich hab keine Angst hier in Mexiko, aber, ähm, man spürt das so. Heute hab ich wieder eine Nachricht gekriegt, da hat mir einer zugeschickt, was gestern hier nicht mal ein Kilometer von mir zu Hause passiert ist, so. Und wenn man dann sowas liest, dann denkt man schon, scheiße, so. Ich hab aber nicht das Gefühl, dass ich selber da irgendwie rein involviert werde oder so. Ich bin halt auch, gottesfürchtig, Mann, ich, ich, ich versuch, ein guter Mensch zu sein und ich denk, wenn man gut ist, dann wird einem Gutes wieder fahren und wenn man schlecht ist, wird einem Schlechtes wieder fahren und der ist das so ein bisschen, ne. Chemisches ist Teufel, Gras ist eh das Beste in Maßen, aber auch nicht übertrieben, dass du, äh, picken bleibst. Wie gesagt, ich, ich bin kein Fan von Süchten, so. Alles, was süchtig macht, äh, ob's Nasenspray ist oder keine Ahnung, weißt du, wie ich mein so, ich hab selber Süchte, ich bin auch ein Suchtmensch, so. Ich bin jemand, der, glaub ich, vom Ding, die einem, wo ich jetzt keine negativen Effekte von merke, ne, da, da kann ich davon auch schnell süchtig werden, so. Das ist zum Glück bei chemischen Drogen nie der Fall gewesen, aber ja, Süchte sind Kacke.